Das ist ein deutschmuseum, oder? Kannst du Multikulti reden? Multikulti mache ich im Fest. Am Samstag ist ein Multikulti-Fest. Das ist ein Leobesdorf unten, 800 Portionen mache ich. 800? Ja. Das ist super. Ja. Von hier machen wir die Pleskavica und Hühnerpigel für die muslimischen Leute. Und für die andere machen wir Käsekreiner, Schobraten, Pleskavica normale. Das ist alles ungefähr 880 Portionen. Was ist das für ein Fest? Multikulti. Wirklich? Multikulti. Ja, Multikulti. Ciharmonika-Fest. Ah, gut. Okay. Und jetzt für deine Ware? Ja, das sind Cevapici. Ja. Egentes Rezept. Das sind Pleskavica. Was? Pleskavica. Muss man auch braten, oder? Ja, das ist zum Grillen besser. Und die beste Beilage für die Ware sind gewürfelte Zwiebel. Beste Beilage. Okay. Oder das Klo, was ich auch selbst gemacht habe. Es gibt ja drei verschiedene. Scharfe, milde mit Paprika und Bauerbratwurstel. Und davon wäre etwas, mit wem schmecken was. Ja. Für alle etwas. Für alle etwas. Genau. Danke. Bitte sehr. Vielen Dank, mein Freund. Danke. 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 Danke.